Spieler gegen Reflect Drei Vier Fünf Da darf man nicht sterben, Mann Ich glaube, ganz ehrlich, die Jannah mit dieser Runde komplett geintet Äh, also die mit komplett intet Weil wir haben dasselbe wie sie Nur wir haben tatsächlich ein Assertivit Level haben Die Jannah und die Jannah nicht Die hätte nicht TP'n sollen Viel zu planicked von unserer Botlane hier Ja 10 12 18 10 17 12 18 Zeit geht den rechten weg bitte auf nicht rein er wusste sich gar nicht ich will nicht kommen er kann zeitwasten von mir please wir sind fein in dem game wenn das jetzt so weit läuft sind wir eigentlich fein ich weiß nicht ich finde unsere felsen orienten das einzige was sie machen ist ressourcen klauen ressourcen anfordern die nicht nötig sind es ist ein 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 Das war's für heute. wobei ich glaube wir hätten das eh gewonnen das sind dieselben wubs die ich am anfang hatte die 117 wubs ganz ehrlich ich habe hundertmal lieber diese sogar kein meinem team als diese jener zum jetzigen zeitpunkt oder ja No joke, die Janna ist sogar hier, aber sie ist aber weniger wert als die Raka-Ult. Sie ist aber weniger wert. Darf ich den machen überhaupt? Könnte den sein, wenn ich sicher so. Ich hab keinen Assistantsbege. Ich hab keinen Erfolg, ich hab keinen Erfolg. Ich hab einen Schnaupt. Ich hab einen Schnaupt. Naja, GG. Wim! Wim! Ich hab einen Schnaupt. Ich hab einen Schnaupt. Die sind sehr gut, hier zu standen, I guess, genau. Ja, jemand sollte das catchen da oben. Alter. Nein! Alter, insaneer Dash von ihr. Fuck! Die gewinnen das doch extrem hart. Ich will hier direkt noch Mutl-Lane, das wird eine Fiesta. Okay, ich gehe mit dir dann. Ah, es war natürlich terrible von mir. Es ist zum Glück nur ein ganz kleiner Dropdown, ich dachte ich hätte einen fetteren. Okay. 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 So, das war noch mal. Ich will die anderen an. Lass mir mal den killen, weil sie mir grad nicht kriege jemand. Ich habe die Bedürfnisse. Ich habe die Bedürfnisse. Ich habe die Bedürfnisse. Das ist ja auch ein Problem. Wir haben die Best-Kargen im Team. Armer, armer Magiefelix. Armer, armer Magiefelix. Oh Gott. Der wird einfach durchgehend gekillt. Das Ari Remark ist das, ja. Ich glaube, Ari ist broken, by the way. Ich bin ziemlich sicher, dass sie broken ist. Okay. Krank Sealing. Wtf. Stimme als Soraka, what the hell? Der hat kein Ult und kein Flash, ne? Oh Soraka, go! Ja. Ihr solltet das aber ganz bestimmt hören. Das war nicht das Schwach für ihn. Gibt es gut zu können. Zun. Zun. Zuz. Zunt. Zun. Zun. Bye. Guck. 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 Ich kann jetzt unhöflich sein, ne? Aber ist das offen, das Gain? Hm. Bin ich nicht. Schleller ist der Sinzau? Achso, nee, der hatte ja Dingens. Der hatte ja... You are so lucky. Weil, dass der mich gecancelt hat? Nee, ich hätte die rausgefasht. Oder was meint er? Können wir so ein bisschen das Gain wieder knapp machen von mir aus? Okay, man ist ein bisschen zu viel von denen. Vielleicht sollten wir das Game nicht close machen. Vielleicht sollten wir das nicht close machen. Okay, das kriegen keinen Dragon. Ich glaub, wir sollten... Wir sollten einmal die Tür einreißen. Das Problem immer, wenn ich mit Jarvan so übelst gefiltert bin... Und halt pushen möchte, ist, du kriegst halt in der Lane... Du kriegst in der Lane halt kein Mana, sondern nur im Jungle. Deswegen gehst du immer um. I hate it. Oh. Oh. Yes. Okay. Sie macht Schaden leider. Bracing. Okay. Ich sollte schon für... einen Mana ultimieren, oder? Alter Clean von mir. Echt facken Clean. Zuerndern die? Die haben Magifelix entziehen. Die werden nicht zuerndern. Wait. Holen wir damit nicht Magifelix ein? Jetzt bald irgendwann? Ah, die muss ich auch damit wahrscheinlich. Der Arm. Schon wieder eine Suraka-Ult. Almost, though. Er hat's actually geschafft. Don't make it too close, friends. Don't make it too close. Don't make it too close. Ich würd gern den Bloober Ball irgendwann nehmen, wenn ich da viel Zeit hab. Was? Wie viel? Eigentlich halt... Wie viel mag ich Felix? Wait really? Habe ich zwar schon gerade irgendwie geliebt, oder nicht? Oh, was ist mit dem? Ich finde, Supporter gehören auf die Bot-Lane. Ich weiß nicht warum, aber das hört sich genauso an, wie ich finde, Frauen gehören in die Küche. Das hört sich irgendwie genauso an. Was ist denn jemand? Der würde niemals so reinlaufen, wenn er dann nicht jemand wäre. Das ist das einzige Items, das mir Mana gibt, das ich bauen kann, oder? Ohne Tier zu gehen. So fällt er sonst nichts ein. Okay, ich bin ein bisschen CC'd. Und ich denke ein bisschen den Turm. Was war das alles? Ich glaub das war Jenna Q. Jenna Ult glaub ich war das auch. Jenna Ult hat mich tatsächlich CC in dem Moment. Äh, und dann ihre E. Lassen sie uns bannen. Wer liebt von denen, ne? Ja, okay. Ich weiß nicht. Magi Felix lässt niemals benden. Magi Felix auch denn niemals. Kein Stairaxx. Also Stairaxx solltest du nie wieder bauen. Zur Zeit. Ich baue Stairaxx, also ich habe vorher Stairaxx gebaut, wenn die Gegner, also Burst-Coms hatten. Wo das wichtig wäre, das zu blocken. Aber inzwischen ist Stairaxx aber nicht mehr gut. Ich muss ihn retten. Ich glaube ich muss ihn retten. Das sind ein paar Leute. Ach, schade. Ich baue immer Frozen Heart, weil ich immer Mana-Probleme habe auf Javan. Jedenfalls. Die Stairaxx ist generell nicht mehr, also spielbar. Meiner Meinung nach. Die Leute bauen das alle, aber ich glaube die bauen das nur weil sie denken, das ist noch fein. Ich denke, das ist wichtig, die können sich auch drängen. Die zwei sind in den OTPs. Die zwei sind in den OTPs, ja. Die haben ihren Spaß. Auf Lulu und Soraka. Ich weiß nicht. Irgendwas fühlt sich dabei richtig falsch an. Irgendwas fühlt sich richtig falsch an in diesem Game. Oder bin ich der Einzige? Bei diesem Game, das fühlt sich einfach falsch an, das zu gewinnen. Die Aria hat insane gespielt, by the way. Wirklich komplett insane. Well, wir haben unsere 1400 LP geknackt damit. Let's fucking go. Ah. Feels fucking good, man.